Michael! Herzlich Willkommen zum zweiten Vlog von dem Zauberschloss Die Proben. Und hier der Daniel, der weiß, wo der Hammer hängt. Oh ja, und dem Michel werde ich's zeigen. Also, wo der Hammer hängt. Musical! Erste Kostümprobe. Mein Schwesterchen. Der Sohn des Bäckers. Ja, genau dir. Ich erinnere mich nicht mehr. So sagt mir, wo wir unser Schicksal gelähmt. Wie macht mich den letzten Tags denn geschenkt? Oder du bist Rotkäppchen und gleich tut der Große bis Wolf und will dich verrasen. Hör doch auf! Ja. Sie hat's auf dich angesehen. Hör doch. Wir Frauen sind lässig und schlau. Doch, weiß ich genau. Sie möchte ihm den Kopf verdrehen. So, darf ich vorstellen, das ist Alpaco. Das Alpaca wird uns ab jetzt begleiten. Oh, heute Hauptprobe in Kostümen. Wir werden noch die letzten Kostüme geschneidert. Die Sonne lacht, um kein Wäckchen zu sehen. Gut, Frau Gräfin, was ist denn für einen schönen Kragen? Ja, wenn ich böse bin, stelle ich den auf wie eine Alpac-Saison. Ja, das funktioniert. So, das war die Probezeit und jetzt geht's los mit der Tour, mit der kleinen Tour. Und wir freuen uns, wenn ihr vorbeikommt und zugucken könnt. Das Zauberschloss, bis dann. Das Zauberschloss.